Moin moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Tizian Bauernhof und heute, wir haben ja gestern die ganzen Heads hier verbessert, wir haben jetzt auf jedem Head die Möglichkeit, genau, wir haben jetzt auf jedem Head die Möglichkeit, auf jedem Head die Möglichkeit damit zu leveln und zu skillen, es regnet, ich kann aber nicht schlafen gehen, was habe ich verpennt, also im wahrsten Sinne des Wortes verpennt, dass ich nicht schlafen gehen kann, weil, ja, wie soll man sagen, ich bin halt, wenn man die Nacht über durcharbeitet und dann halt am nächsten Tag, aber der Garten kommt dadurch sehr gut, ne, der wächst ja richtig krass, also richtig Knülle, so pass mal auf, was haben wir jetzt hier so, ja, da haben wir ja die ganze Geschichte, ey, ich kann halt echt kaum was sehen, ne, ich hoffe, dass das alles, naja, ich kann echt kaum was sehen, können wir schlafen gehen, weil das ist super, super anstrengend mit dem Shader, ja, haha, ich gucke nochmal, ob ich schlafen gehen kann, weil es ist, naja, es ist sechs Daytime, ah, okay, das wird ja nichts, dann lass uns mal gucken, ob wir drin irgendwas machen können, weil draußen arbeiten bei so einem Wetter ist auch nicht, ah, guck mal, wir können mal, ah, wir können mal gucken, was wir aus dem, beziehungsweise wir wissen ja schon, was wir aus dem Schweinefleisch machen wollen, ne, wir wissen ja schon, was wir aus dem Schweinefleisch machen wollen, glaube ich, irgendwas Tolles auf jeden Fall, hier so ein, ah, ja, wir wollten ja Dings gucken heute, ne, stimmt, wir wollten mal in den Honig reingucken, oh, das Ding ist nämlich tatsächlich voll und die Queen ist auch schon, die Queen ist auch schon fertig, also die sterben immer nach einer gewissen Zeit, das heißt, hier können wir mal eine neue reinmachen, die müssen wir, dazu müssen wir, wir müssen an den Crafting Table erstmal dafür, genau, da haben wir hier einen, da machen wir nämlich aus der Queen machen wir Royal Jelly und dann können wir eine neue, ja, eine neue Crop da reinpacken, und dann haben wir eine neue Biene, so, und dann brauchen wir gleich noch die Presse, damit wir aus der, damit wir aus den Waben den Honig rauspressen können, genau, so ist das, ja, wir müssen da mal gucken, die haben eine gewisse Durability, die Bienen und ja, da müssen wir mal schauen, so, lass mal gucken, wir wollen eine Press bauen, heißt es, glaube ich, ja, genau, da ist das Teil, ich dürfte das noch nicht haben, ne, ne, habe ich noch nicht, gut, da war ein bisschen Iron, was gefordert ist, das ist ja weniger das Problem, das haben wir ja hier, da können wir uns mal, da können wir uns mal ein Stack nehmen, dann brauchen wir ein bisschen Holz, dann brauchen wir ein bisschen Cobblestone und ein bisschen Redstone, und dann werden wir erstmal zwei Pistons herstellen, eins, zwei, ich glaube, ich hatte keine Auflager, ne, wie die mir auch sei, jetzt haben wir auf jeden Fall, jetzt haben wir hier schon mal die Presse, die könnten wir auch hier drüben bei unserer Küche aufstellen, beziehungsweise würde ich so hinstellen, ne, ja, und hier können wir jetzt nämlich die Honigwaben reinpacken, die gefüllten, dann werden die gepresst, ausgepresst und dann kriegen wir hier die Honigdrops und auch leere Waben sozusagen nochmal und ich weiß gar nicht, was können wir daraus bauen, daraus können wir, ja, gehärtetes Leder oder Kerzen bauen, das ist ja cool, beziehungsweise, ach, das ist Wachs, okay, das ist gepresstes Wachs und das ist jetzt natürlich unser Honig, ne, den brauchen wir für alles Mögliche, da können wir so alles, alles krasse, das ganze krasse Zeug mitbauen, ich glaube, wir können sogar, ich glaube, wir können dann sogar Zucker daraus machen, oder? Ja, siehst du, hier geht sogar Zucker draus, sogar zwei Rezepte mit Zucker, oh, was ist das? Erdbeer Pie, haben wir von denen, habe ich von den Dutch noch was? Ne, ne, das habe ich auch gar nicht, das haben wir immer nur, pass mal auf, da können wir nochmal ein bisschen was herstellen von diesem Dutch, Dutch, da ist es, und zwar brauchen wir dafür, da brauchen wir wieder Salz für, ne, Salz, wir wollen mal ein bisschen Salz herstellen, beziehungsweise, habe ich denn die einmal, da habe ich einmal, pass mal auf, das kommt mal alles, ich will immer, ich will immer mit gedrückter Maustaste da entlang gehen, aber es funktioniert ja hier nicht, weil dafür habe ich den Mod noch nicht, noch nicht drauf, oder nicht drauf, dass das das so itemtechnisch einfach mal, ja, einfach mal hochziehen kann, das geht leider hier nicht, so, das einmal da hin, ein bisschen, ein bisschen hin und her craften, es regnet draußen ja eh, ne, wir können ja eh nichts machen, das ist so ein schlechtes Wetter, aber wenigstens bist du ja nicht mehr ganz zum, zum Teich laufen, damit wir craften können, und guck mal, ich muss sogar eigentlich noch nicht mal, ich muss mich noch nicht mal großartig hier drinnen bewegen, sondern einfach nur schön hier draufklicken und dann funktioniert das auch, zack, da haben wir noch einen, oh, ne, das nicht, falsch geklickt, na, ja, das könnte man noch, das, das irgendwie verbessern, das soll gehen, ne, ne, das einmal auffüllen, das, das kann man machen, ne, mit, mit einem Dropper oder so, hatte Torment, glaube ich, geschrieben, ähm, aber, wie das denn, also ich glaube, da muss man jetzt schon irgendwie ein automatisches, automatisches, automatisches System haben, ne, sowas wie AE oder Refinite Storage oder so, da kommt man einfach nicht, nicht drumherum, wenn man das denn, ach nee, das, ach nee, nicht, ich glaube, da gibt es auch einfache Autocraft-Systeme, ne, ich glaube, sogar NIO hätte ja, glaube ich, auch einen Autocraft, was könnte man damit denn auch noch machen, das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber, naja, bis wir, bis ich das soweit habe, dass wir jetzt NIO noch mit reinnehmen, also NIO ist schon, NIO wäre schon ein richtig krasser Schritt, also wenn wir NIO mit reinnehmen, puh, da haben wir denn, da haben wir wirklich, dann haben wir wirklich hier eine Menge drin, ne, die, also dann haben wir wirklich was Großes hier drin, so, haben wir noch Salz, wie sieht es aus mit Salz, haben wir auch keins mehr, das heißt, wir brauchen, aber für das Dutch brauchen wir Salz und Wasser, ne, das heißt, wir könnten mal 15, ich brauche den Eimer mal, wir werden mal 15 Freshwater hier durchschicken, dann haben wir nämlich Salz, so, dann kann der Pott wieder, brauche ich den Pott noch, ich glaube, nee, den brauche ich nicht mehr, ich brauche die Backform, aber ich brauche den Pot, nee, ich brauche den Crucible für, oh, Mehl haben wir doch noch, ne, ja, Mehl ist noch da, da brauche ich das nicht holen, hier wäre übrigens auch noch Freshwater gewesen, habe ich aber nicht gesehen, jetzt müssen wir nämlich erst mal aus dem, ah, ne, Mehl haben wir schon, oder haben wir noch, das heißt, mir fehlt jetzt die Backform, die Backform, so, das heißt, hier kommt die Backform mal hin, da kommt Mehl hin, da kommt Salz hin und hier kommt das Wasser hin und zack, haben wir unser, unser Dutch zusammen, was wollte ich jetzt herstellen, ich wollte irgendwas mit, äh, mit dem Honig anstellen, auf jeden Fall, ne, pass mal auf, wo haben wir denn den Honig, der Honig ist hier, kann ich das auch hier durchschicken, ja, da passiert auch irgendwas, ne, irgendwas, irgendwas wird hier hergestellt, ah, was ist das, was ist da der Unterschied, ist kein Unterschied, es wird nur, es ist leer und ich glaube, ich könnte das wahrscheinlich auch miteinander stacken, oder, ja, alles klar, man kann es miteinander stacken, also kein Unterschied, so, ich wollte was aus dem Honig herstellen, habe ich gesagt, und zwar wollte ich, glaube ich, gerne hier die Pies herstellen, genau, den, den, äh, Erdbeerkuchen, den Erdbeerkuchen, dafür brauchen wir Honig und dann brauchen wir ein paar Erdbeeren, äh, ein paar Erdbeeren, 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 oh, wir haben auch gar nicht so viele, also passt das genau, fünf Stück und ich habe schon alles, oder? Ich habe, glaube ich, schon alles, so, ich gehe nochmal hier drauf, zack, 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 wo war das, wo war das, da war das, ah, ne, mir fehlt die Backform und das ist, ähm, warte mal, wir können ja mal nach Pi, da ist er auch auf jeden Fall, da ist er doch, da ist auch der, der, äh, Erdbeeren, Kuchen, den ich meine und wir brauchen die Backform, habe ich gesagt, zack, das, da, das, da, und natürlich gibt es mir nur wieder einmal, nur einmalig, weil, ja, halt, die Backform nicht fünf, oder weil man sie auch nicht stacken kann, ne, deswegen gebe ich es nur einmal, cool, und wir haben jetzt, ähm, einen schönen, schönen Erdbeerkuchen, mh, mh, lecker, so, pass mal auf, wir bringen ja alles wieder ins System rein, was wir so in der Tasche noch haben, oh, guck mal, ich habe Dings noch über, ach ja, pass mal auf, wir haben ja auch noch die Honiggeschichten, das auch, und ich muss mal in den Keller laufen, es ist, glaube ich, dunkel draußen, ne, wir können gleich mal, können gleich mal schlafen gehen, so, auch das kommt mal da rein, und die Honiggeschichten packe ich mal hier vorne rein, dass, das so, dass wir das dort einlagern, mit dem Wachs weiß ich, wie gesagt, noch nicht so richtig was anzustellen, bis auf das gehärtete Leder, das sieht eigentlich sehr interessant aus, da müssen wir mal gucken, was wir, wofür wir das gebrauchen könnten, gegebenenfalls, da bin ich mir noch nicht so sicher, so, ich hoffe, ich nehme auf, weil vorhin war das so beim, beim Start der Aufnahme war so ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich so ein bisschen merkwürdig angefühlt, ach, guck mal, hier sind schon wieder zwei neue, äh, Drohnen, kann man das ja, glaube ich, auch nennen, ne, die sind da schon geschlüpft, lasst uns mal hier vorne durch den Garten durchgehen, mal gucken, wie das hier gerade aussieht, und da können wir noch ein bisschen buddeln, mhm, ah, die Felder sind hier halt schon wieder komplett reif, ne, ich finde das aber cool, also, letztendlich brauche ich es ja momentan, wir können hier mal abernten, hier kann ich mal abernten, weil hier die Sachen, die brauche ich tatsächlich, damit wir das noch ein bisschen, ähm, alles erweitern können, ohne jetzt großartig Boonmeal einzusetzen, für die ganzen, für die ganzen Pflanzen, guck mal, hier zum Beispiel, ähm, die, äh, Gerste ist es, glaube ich, ne, Perel ist, glaube ich, Gerste, das ist auch so eine Geschichte, die, das müssen wir noch ein bisschen weiter vorantreiben, hier die kleinen, ich vermute mal, dass es Rosenkohl ist, ne, bin mir nicht ganz sicher, die müssen wir auf jeden Fall noch weitermachen, hier Reis, will auch noch ein bisschen mehr haben, äh, Rice Baby, so, und das einmal alles beiseite, was haben wir jetzt hier schon, da ist noch, ach, guck mal, da ist ein bisschen, ach, das war Dings, ne, äh, Artichocken oder so, oh, das Seegras, sieht auch ganz gut aus, Seaweed, zack, 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 das haben wir dann auch einmal voll, das finde ich immer gut, wenn das, wenn das alles voll wird, dann ist das alles schön, so, zack, da ist was ins Wasser reingefallen, das hätte ich gerne, und einmal hier raus, ohne, oh, ohne das kaputt zu machen, wollte ich gerade sagen, und was habe ich nicht dabei, ne Ho, oh, jetzt müssen wir mal ganz kurz rein, mal eine Ho besorgen, ich habe auch keine Madhawk, ne, ich müsste mir mal, oh, so, das sah jetzt auch ein bisschen merkwürdig aus, ist da der, dass der Dings da auf einmal vorbeigefahren ist, vorbeigeflogen ist, müssen wir mal oben kurz gucken nach einer, nach einer, oh, zack, wo haben wir hier eine, da ist kein, ah, guck mal, wir haben noch eine Madhawk, wir haben eine Madhawk, die ist aber bestimmt auch nicht, ja, die ist auch noch nicht so umgebaut, dass die, dass wir damit skillen könnten, das heißt, das müssten wir bei Gelegenheit auch mal ändern, ich weiß aber nicht, was ich da für den Kopf drauf setze, beziehungsweise, ich könnte das ja so machen, dass ich, das hatten wir aber auch schon lange nicht mehr, dass das zweimal hintereinander passiert, dass mir die, die Lore vor der Nase entlang fährt, das hatte ich ja, das habe ich echt schon lange nicht gehabt, so, zack, ob das da rein, äh, oh, Wein ist auch fertig, sehr schön, können wir auch gleich, können wir gleich hier alles wieder voll machen, oder jetzt endlich mal voll machen, zack, 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 das, ey, da war was, da war was verkehrt, das war doch Seegras jetzt hier gerade, ne, warte mal, das war doch Seegras, das, oder irgendwas, oder Tee oder so, das war auf jeden Fall keine Gurke, da hat sich was, ähm, Falsches in meinen Garten eingeschlichen, da hat sich was Falsches in meinen Garten eingeschlichen, ich habe übrigens, also, ja, eigentlich wollte ich das ja nicht machen, ne, eigentlich wollte ich ja immer so ein bisschen spontan bleiben, was meine Streams angeht, ähm, wobei jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich da ein bisschen mit Leo streame und wir das eine Modpack zusammenspielen, ist es jetzt eigentlich schon immer so ein bisschen klar, dass wir den Donnerstag, also heute Abend, werden wir auch wieder Minecraft streamen, wir beide zusammen und dann werden wir halt wieder Craft of the Titan, äh, zusammenspielen und da gucken, dass wir da weiterkommen, auf jeden Fall, ne, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und ich habe eigentlich auch vor, am Samstag, am Samstag auch wieder einen Minecraft Stream zu machen, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wieder vormittags und, äh, sehr, 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 wahrscheinlich geht es denn da mit Space Astronomy weiter, ne, also, dass wir dort auch langsam mal nicht unbedingt, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, unbedingt vorankommen, aber doch so, doch ein bisschen vorankommen, doch ein bisschen, doch, man kann das auch, doch, man kann sagen, dass wir ein bisschen vorankommen, ich habe ja letzten Sonntag ein bisschen gespielt, so ein, zwei Stunden, ich bin mir nicht mehr sicher, das war auf jeden Fall auch ein bisschen länger und da haben wir ja auch schon eine Menge geschafft und das war richtig witzig, also, es hat mir Spaß gemacht und jetzt geht es halt so langsam, ich gehe halt konzentrierter jetzt vor, dass ich, dass ich noch konzentrierter, noch schneller zum Ziel komme, erstmal schön einen Erdbeerkuchen gönnen, dass ich noch schneller zum Ziel komme, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, ins All fliegen kann, ne, das ist mir, mir ganz wichtig mittlerweile, dass man so auf die ersten, auf die ersten Stufen kommt, ne, dass man halt das erste Mal so ins, ins Weltall kommt und so weiter. Ja, cool, dann haben wir heute doch wieder eine mehr oder weniger coole Folge gehabt, äh, gemacht, gehabt, ich will mal kurz hier bei den Hühnern gucken, hier ist auch nicht so viel los, ne, aber ich habe auch die Anlage gerade nicht an, ne, aber ich will die auch gerade ganz ehrlich nicht anmachen, ich habe nämlich tatsächlich nur noch, äh, so 30, 40 FPS hier bei mir im Spiel immer, das ist voll merkwürdig, Alter, wie das geil das aussieht, ne, das fällt, und das ist noch nicht mal fertig, also hier muss noch, hier muss noch echt ohne Ende gemacht werden, bis das so komplett fertig ist, aber wenn das dann fertig ist, dann wird das, glaube ich, richtig awesome. So, ich will mal, oh, ab ins Wasser rein, ab in das Wasser rein, oh, guck mal, da ist noch Clay, aber das lassen wir auf jeden Fall, hallo Schäfchen, so, lass mal nochmal zum, zum Baumhaus hoch, ich will da nochmal ganz kurz gucken, was da so los ist, was da so rein geht, ist da überhaupt was los, da oben sind auch Hühner drauf, ne, hier haben wir auch noch solche Löcher, ne, die müssten wir auch mal wieder auffüllen, beziehungsweise gegebenenfalls den, den Tümpel da mal irgendwie umbauen oder so, aber lass mal ganz kurz gucken, was die Hühner hier oben eigentlich machen, hier sind doch auch welche, ne, die haben wir auch schon super lange nicht mehr besucht, da will ich mal, hier ist übrigens der Amboss, ne, und hier könnte ich mal wieder Level quasi umbasteln, ne, wie cool das eigentlich ist, ne, dass man hier so auf das andere rauf gucken kann, na Hühnchen, wie geht's euch, zack, wie schaut's aus, ihr habt gar keine Eier gelegt, wollt ihr nicht mal Eier legen, hier oben mögt ihr keine Eier legen, ne, na gut, okay, kann ich verstehen, ist ja auch nicht so toll hier oben, obwohl eigentlich ist es der beste Ort von meinem ganzen Bauernhof, naja, obwohl, ne, eigentlich ist der Bauernhof insgesamt ziemlich cool, ist schon recht groß geworden, ne, ist schon recht groß geworden alles, na gut, meine Freunde, ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du dir eingeschaltet hast, danke für den ganzen krassen Support, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen und wenn du möchtest, sehen wir uns morgen in einer weiteren Folge wieder, bis denn, tschüss.